Hey, ich bin's Bella und ich bin zurück mit dem letzten Teil meiner Geschichte. Das letzte Mal habe ich die schockierende Wahrheit über Ed herausgefunden. Es stellte sich heraus, dass er mich überhaupt nicht geliebt hat. Nein, stattdessen war er in seine Halbschwester Ellie verliebt, die eigentlich gar nicht seine biologische Schwester ist. Das war schon ziemlich viel zu verarbeiten, aber um es noch schlimmer zu machen, rief Eds Mutter ihn an und sie bestand darauf, dass wir alle drei zu ihnen nach Hause gingen. Sofort! Sobald ich das riesige Haus der Staffords betrat, war ich unglaublich nervös. Ed meldete sich als erster zu Wort. Mama, Papa, was ist los? Mrs. Stafford warf mir einen strengen Blick zu und antwortete, Du musst das erklären! Und zwar sofort! Dann zeigte sie uns das gleiche Bild von Ed und Ellie, das John auch mir geschickt hatte. Bevor irgendjemand die Chance hatte zu antworten, sah sie mich an. Du bist die Freundin von Ed. Wusstest du davon? Ich war verwirrt und sagte dann, ich... ich habe es erst heute erfahren. Sie war wütend und schrie dann wieder Ed und Ellie an. Was soll das? Seid ihr beide verrückt? Wie könnt ihr so etwas Inzestuöses tun? Sie ließ Ed und Ellie nicht ausreden und fuhr dann fort. Ist es euch je in den Sinn gekommen, was passieren würde, wenn andere Leute dieses Bild sehen würden? Ich schäme mich unglaublich für euch beide! Ed stand auf und antwortete, Aber Mama, wir haben nicht das gleiche Blut. Warum kann ich Ellie nicht lieben? Seine Mutter sah so verwirrt aus, dass Ellie sie mit tränengefüllten Augen ansah und sagte, Es stimmt, Papa ist... nun ja, er ist nicht mein biologischer Vater. Es war die Idee meiner Mutter. Sie wollte nur, dass ich eine sichere Zukunft habe. Ich wollte nie jemanden täuschen. Und ich mag euch ehrlich alle. Und es tut mir so leid, bis es davor trief. Was hast du da gesagt? Du bist nicht das biologische Kind meines Mannes? Du teilst keinerlei Blutverwandtschaft mit uns? Warum wachst du es dann hier, in unserem Haus zu leben? Und jetzt benutzt du auch noch meinen Sohn, um an sein Vermögen heranzukommen? Ed erwiderte, Mama, sag so etwas nicht. Ellie ist nicht so ein Mädchen. Ich liebe sie. Und ich weiß, dass sie mich auch liebt. Mr. Stafford, der bisher einfach schweigend dagesessen hatte, meldete sich plötzlich zu Wort. Ich weiß es. Ich habe es immer gewusst. Ich habe vor Jahren einen DNA-Test gemacht. Aber ich habe beschlossen, es geheim zu halten. Und Ellie weiter aufzuziehen. Weil ich sie wie meine eigene Tochter liebe. Er sah sie an. Du warst immer meine kleine liebe Tochter. Und ich bin immer noch sehr stolz auf dich, Ellie. Ellie brach in Tränen aus. Ed umarmte sie und tröstete sie. Mrs. Stafford war so wütend und sagte, Ihr alle kanntet die Wahrheit? Habt mich aber im Dunkeln gelassen? Ich verlange, dass sie dieses Haus sofort verlässt. Sonst werde ich es tun. Dann stürmte sie aus dem Raum. Die Atmosphäre war eisig. Und ich wollte ernsthaft von dort verschwinden. Mr. Stafford entschuldigte sich bei mir, dass ich in dieses ganze Drama hineingezogen worden war. Ich fühlte mich super unbehaglich. Also sagte ich, dass es spät wurde und ging. Die ganze Sache war so ein Durcheinander. Aber ich hatte meine eigenen Probleme, mit denen ich umgehen musste. Ihre Probleme hatten nichts mehr mit mir zu tun. Ich war endlich ein für allemal frei von Ed. Und das war eine unglaubliche Erleichterung. Eine Woche verging und obwohl ich Jim Dutzende von Nachrichten geschickt hatte, hat er auf keine davon geantwortet. Ich war mir ziemlich sicher, dass er seine Nummer geändert hatte. Das war scheiße. Also beschloss ich, mich mit John zu treffen, um mich ihm zu erklären und um zu sehen, ob er Jims Kontaktdaten hatte. Ich traf ihn in einer Bar und nach ein paar Drinks fragte ich ihn, du hast die Mail an Mr. und Mrs. Stafford geschickt, richtig? Warum hast du das getan? John lächelte und antwortete, weil ich Ed hasse. Er hat meine Ellie gestohlen und außerdem dafür gesorgt, dass Jim dich missversteht. Er ist ein Idiot. Wenn du mich fragst, ich glaube wirklich, dass Ed und Ellie sich lieben. Außerdem ist Ellie nicht die Richtige für dich. Du wirst jemand Erstaunliches finden, John. Du musst nur warten, erwiderte ich. Danach erzählte ich John alles, was passiert war und gestand ihm meine Liebe zu Jim. Zu meiner Überraschung lächelte John und sagte mir, dass er schon alles wüsste. Denn einmal, als er Ellie mit einer Torte überraschen wolle, hörte er zufällig, wie er dir erzählte, wie er die Arztrechnung meines Vaters bezahlte und ich dafür vorgab, seine Freundin zu sein. Dann umarmte er Ellie und küsste sie auf die Stirn. Danach hatte John Zweifel an ihrer Beziehung, also folgte er ihnen und machte ein paar Fotos. Nachdem er die Wahrheit herausgefunden hatte, traf sich John mit Jim, um ihm alles zu erzählen. Aber Jim schaute nur traurig. Dann sagte John, Ich habe viel darüber nachgedacht und ich denke, der wahre Grund, warum Jim so enttäuscht war, der war, dass du, als du in Schwierigkeiten geraten bist, zur Ad gegangen bist, um Hilfe zu bekommen, anstatt zu ihm. Es war mir gar nicht in den Sinn gekommen, wie schlimm das ausgesehen haben musste. Alles, woran ich denken konnte, war mein Vater und wie ich ihm helfen musste. Weshalb ich auf Ads Angebot der finanziellen Hilfe eingegangen war. Im Nachhinein betrachtet, hätte ich es zuerst mit Jim besprechen sollen. Ich sagte John, wie sehr ich Jim vermisse und ihn sehen wollte. Er sagte, er würde versuchen zu helfen, aber er wisse auch nicht, wo Jim sei. Und wie er seinen Bruder kenne, brauche er wahrscheinlich nur etwas Zeit, um alles zu verarbeiten. Ein ganzer Monat verging und ich hatte kein einziges Wort von Jim gehört. Jeden Morgen, wenn ich John auf der Arbeit sah, hoffte ich, dass heute der Tag sein würde, an dem er gute Nachrichten für mich hätte. Aber das passierte nie. Jim schien definitiv ein Mann zu sein, der nicht gefunden werden wollte. Zumindest nicht von mir. Ich vermisste ihn wie verrückt und wollte ihn einfach nur fest umarmen, damit er nicht wieder verschwinden konnte. Jeder in der Firma kannte nun die Wahrheit über Ed und Ellie. Zuerst waren sie schockiert und sprachen über nichts anderes. Aber jetzt schien das niemanden mehr zu stören. Ich für meinen Teil war nicht mehr wütend auf sie. Dafür war das Leben zu kurz. Jedenfalls bestand Ed darauf, weiterhin die Arztrechnung meines Vaters zu bezahlen, wofür ich sehr dankbar war. Eines Tages schrieben mir Ed und Ellie plötzlich eine Nachricht, dass sie mich treffen wollten. Ich war irgendwie neugierig, also traf ich mich mit ihnen in einem Café in der Nähe unserer Firma. Ich kam herein und sah, dass die beiden so glücklich miteinander aussahen. Es schien, als würde es ihnen besser gehen. Darf ich diesen schönen Moment stören? scherzte ich und setzte mich neben Ellie. Sie errötete und ich hatte sie noch nie so glücklich gesehen. Ed erzählte mir, dass seine Eltern ihre Beziehung zu akzeptieren schienen. Sogar Mrs. Stafford begann sich zu beruhigen und sie hatte Ellie nicht rausgeschmissen. Dann sagte Ellie, wir wollten alles wieder gut machen, was wir dir angetan haben. Also haben wir Jim für dich gefunden. Dann zog sie einen Umschlag aus ihrer Tasche und sagte, darin sei Jims Adresse und ein Empfehlungsschreiben, falls ich mich bei der Firma bewerben wolle, in der Jim arbeitete. War das echt? Ich konnte es nicht glauben. Endlich hatte ich ihn gefunden. Es gab keine Zeit mehr zu verlieren, also packte ich meine Tasche und stieg in ein Flugzeug. Obwohl es schon dunkel war, als ich landete, ging ich direkt zu der Adresse, die Ellie mir gegeben hatte. Als ich mit meinem Koffer in den Innenhof des Gebäudes ging, sah ich plötzlich jemanden. Oh mein Gott! Es war Jim! Ich konnte es nicht glauben. Ich ließ den Koffer fallen und rannte los, um ihn zu umarmen. Zuerst schaute Jim geschockt und versuchte mich wegzuschieben. Aber dann umarmte er mich zurück. Wir gingen zusammen zu einem Flussufer in der Nähe seiner Wohnung. Wir saßen schweigend da, tranken Bier und betrachteten die Lichter, die von den Gebäuden funkelten. Ich fragte ihn, Das ist ein toller Ort, oder? Kommst du oft hierher? Er schwieg eine Weile und antwortete dann, Ich habe ihn einmal beim Joggen entdeckt. Es ist toll, hier mit ein paar Dosen Bier zu sitzen. Deshalb komme ich oft hierher, wenn ich müde bin und dich vermisse. Was er gesagt hatte, zerbrach mir das Herz. Ich drehte mich um und sah ihn an. Er hatte etwas abgenommen und sah traurig aus. Ich erzählte ihm die Wahrheit über das, was passiert war und sagte, Es tut mir so leid. Zu dieser Zeit konnte ich nur daran denken, meinen Vater zu retten. Und als Ed mich anrief und sagte, er würde mir helfen, habe ich nicht lange überlegt. Und ich dachte auch, dass der Deal bald enden würde. Und ich wollte das alles nur vergessen. Es ist alles meine Schuld, dass ich nicht an deine Gefühle gedacht habe. Aber du hast mich auch verlassen, ohne etwas zu sagen. Selbst dein eigener Bruder weiß nicht, wo du bist. Dann begann Jim zu erzählen, ich habe es John nicht gesagt, weil ich wusste, dass er es dir sagen würde und ich allein sein musste. Als du in Schwierigkeiten geraten bist, hast du mich nicht gebraucht. Du hast einfach, ohne ihn seinen Satz beenden zu lassen, schrie ich auf, Du hast mir nicht einmal eine Chance gegeben, es zu erklären. Du hast mich einfach verlassen. Ich vermisse dich wie verrückt. Jim umarmte mich schnell, wischte mir die Tränen ab und tröstete mich. Es tut mir leid. Es ist alles meine Schuld. Ich hätte nicht so weggehen sollen. Ich vermisse dich auch sehr. Wir küssten uns und ich fragte mich immer noch, ob das alles nur ein Traum war. Endlich hatte ich ihn gefunden und ich würde ihn bestimmt nicht wieder verlieren. Als wir uns wieder voneinander lösten, schaute ich nach oben und sah eine Sternschnuppe. Oh mein Gott, das war so ein tolles Ende für den perfekten Tag. Und ich nahm es als Zeichen, dass wir für immer zusammen sein sollten. Das war's. Danach bekam ich einen Job in der Firma, in der Jim arbeitete und zog offiziell in seine Wohnung ein. Oh, und wir werden nächsten Monat heiraten. Und ich kann es kaum erwarten. Im Zweifelsfall sollte man die weisen Worte beherzigen, die mir meine Oma einmal gesagt hat. Es gibt nur noch wenige gute Menschen da draußen. Wenn man also die richtige Person gefunden hat, muss man um sie kämpfen. Es mag sich nicht wie der richtige Zeitpunkt anfühlen, aber fragt euch doch selbst. Wann ist es soweit? Lasst eure Vergangenheit nicht eure Zukunft ruinieren. Im Grunde solltet ihr immer eurem Herzen folgen und nicht zulassen, dass das, was für euch bestimmt ist, einfach an euch vorbeizieht. Das war's. Das war's. Das war's. Vielen Dank.